so wir sind bereit willkommen zu einer neuen runde hallo fragmente guten tag es wird super ja ich nenne dich immer anders irgendwie neulich stand es in meinem video mit king arti genau richtig manchmal hast du dich beim richtigen namen das ist egal das innere ändert sich nicht der äußere namen ist egal genau richtig und durch diese weisheit aber auch gleichen hinweis gefunden auf jeden fall und ein paar zombies ich habe diesmal sogar gar keine spritzen mit da ich ja nicht so viel kohle habe da braucht man eh nicht man stirbt so vor wir haben genau so weil hier ist vielleicht wieder so eine schöne tür vielleicht ist da noch was drin der tod ja genau irgendwie ich habe ja mal gehofft hier ist munition sehr schön ich markiere das mal sagt die mensch und mensch da hier um was soll sagt mutter ja ja warum ist naja die das thema des nachladens das ist auch wieder bei mir so gewesen als sicherer allein unterwegs war das haut irgendwie selten hin jetzt kann ich ja ach ja wie schön was ich gerne mit den schalldämpfer waffen ja vor allem jetzt der hat gar nicht so viel munition geschluckt nö es ging also können hier geradeaus ja was ich an den ganzen youtube-videos so geil finde ist halt so zeitlos ne es ist eigentlich scheißegal wann du die hochlädst ob du die jetzt ein jahr auf der festplatte hast und lädst du dann hoch also ja ich glaube das ist gar nicht so schlimm oh hier ist wieder munition ich habe dieses zeichen ja genau schade dass man die kasse irgendwie nicht so oft findet das stimmt ja aber wenn man sie findet und da sind 50 taler drin ist auch schön auf jeden fall die hat doch mal ein bisschen gebraucht hier ja also triffst du heute gut ich bin nicht so ja es liegt hier an meinem booster den ich hier mir gerade reinpfeif ach so ja ja ich habe doch hier meine rockstar wieder keine werbung aber trainer genau ja ich bin mal gespannt der flying uwe bringt ja so einen focus booster raus was das wird gibt ja leute die zum fitness sowas auch nehmen da weiß ich immer nicht ob das wirklich so hilft oder ob das einen wirklich so pusht das weiß ich auch nicht aber kannst du ja dann nehmen wenn du fitness machst genau dann wird sich uwe freuen auf jeden fall uwe freut sich und sein portemonnaie und seine bank ich kann es ihnen eigentlich auch so überweisen ja sonntag geht es an 15 uhr bin ich mit meiner schwester unterwegs und dann wird fitness gemacht also morgen äh übermorgen übermorgen genau richtig das war wieder ein gewitter aber wir wissen ja nicht genau was es ist mit dem wetter ne das oh nein jetzt ich höre schon wieder so einen scheiß ich laufe trotzdem aber einfach mal geradeaus ach ne das ist eine saatmutter die da irgendwie rumbrüllt ja genau ich dachte eben das wäre wieder so ein scheiß wasserteufel ja entkommen aber manchmal ist weglaufen gar nicht so verkehrt ich höre auch den hat es zerlegt sehr gut rechts wird schon wieder geballert ja ich bin aber eh gespannt wie viele auf dem server sind also wir sind zumindest nicht in den ersten zwei sekunden jemandem begegnet ja ich habe mir ein paar let's plays von anderen spieler angehört äh angeguckt also von größeren auch und äh bis zu 16 spieler sind manchmal auf einer map das ist schon cool ja die spieler ist hier ah wir haben sie schon gefunden oh jetzt ist es rot also das heißt hier sind gegner ich würde sagen ich bin mir nicht ganz sicher oder nein ok hier hinten ist übrigens noch Heilung ah scheiße ja die kann ich jetzt auch gleich gebrauchen wo ist denn die scheiß Saatmutter hin ich habe sie erschossen die war oben auf dem Dach ah ok dann nehme ich mal hier die die Heilung aber ich muss erstmal die Vergiftung loswerden so jetzt bin ich wieder geheilt ja wollen wir mal die Spiele bekämpfen oder abbauen ne können wir ruhig machen da können wir ja reingehen würde ich sagen ja oh wenn ich die schon wieder höre ja die ist eh klar wird jetzt natürlich für mich echt schwierig weil ich ja kein ähm keine Spritze habe aber ok ich habe zwei Mütze und kann ich die spritzen ah super so muss man ja gar nicht mehr los ah hier ist sie ja ach so jajaja jetzt hat sie mich natürlich wieder angefallen hier oh alter die ist aber auch widerlich eh ja 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 alter die hätte ich auch umgerissen ja so wollen wir mal schnell nachladen hier oh ich bin runtergefallen hoch hä was ist denn das hier komisch ja das ist irgendwie ein Loch im Boden ne ja ich weiß jetzt gar nicht wo ich rein muss wo ist denn die Spinne jetzt hier hallo ach da kommst du wieder ach da muss ich rein oh nein ey oh nein ey ich glaub ich bin gleich genügend komm wir raus ja jetzt musst du nur kurz warten ähm genau bis die Vergiftung weg ist jetzt da ist er oh richtig gut alter das ist ja ich sehe gleich klar wie gut es mir geht ne komm ich hier nicht mal rein ach doch da ich gucke mal ob ich irgendwo einen anderen Eingang finde wo man so ein bisschen abhauen kann wo ist sie denn schon wieder jetzt ist schon wieder über mich rüber hier aber die ist ja echt flinke okay bist du wieder bei diesem Tor da rein oder mhm genau du hast auch die kommt in deine Richtung ja jetzt ist wieder meine ja ich bin doch draußen ach so ich versuche irgendwo rein zu kommen ich mach mal die Tür auf hier ah hier hab ich ne Tür gefunden sehr gut ich hab hier sogar sehr gut aber ja manchmal ist das echt äh sehr kompliziert finde ich aber hier sie so ich bin jetzt draußen oh scheiße nachladen ja aber jetzt bin ich vergiftet aber ich konnte sie von hier aus treffen immer wo ist denn das olle Vieh jetzt ich mach die fertig wie lange ich grün sehe ey das gibt es auch gar nicht wann geht das denn mal weg ach da ach alter wie hast du denn das gemacht hast du dir angebrutzelt naja sicher du hast verdient das ist ja richtig geil lass komm Spinnchen Spinnchen zeig dich ich will nochmal abdrücken hier ja ok ich stehe natürlich so scheiße wenn jetzt ein Gegner von hinten kommt ja das ist toll da hinten ist er da hinten ist er oh ach jetzt muss ich nochmal kurz äh nochmal spritzen oder ja könnte theoretisch ja wenn du noch eine hast da hast du ja da hast du danke alter das ist ja richtig gut wie so ein Drogenjunkie hier so wo ist sie denn wo ist sie denn hier da ist sie ja hä warum hat die wieder ihre volle Energie ach ne doch nicht ich dachte die hat eben das sah eben so aus als wenn die da volle Energie hat so wir verbanden die jetzt mal alter das sieht das sieht echt übel aus wenn die sich verwandeln oder verband verband werden jetzt weiß man gar nicht ob jetzt hier irgendwo noch ein Gegner in der Nähe ist ach wir werden schon gejagt werden keine Sorge hm das glaube ich auch ich guck mal hier oben ob ich da noch was finde ne da ist nichts hier so ein altes Boot was hier rumliegt da gibt es auf jeden Fall Munition ah das ist gut ja hier auch ich höre sie schon hier in Manuja hm kann man hier irgendwo rausgucken ich vermute mal hier ne da schon bei über 30% ist gut das ist ausgezeichnet hm da geht es nur nach unten ach hier kannst du hast brauchst du noch Gesundheit hm ne ich bin voll ok auf jeden Fall kann ich aber von hier aus die Spinne sehen das ist schon mal gut falls jemand die klein will ja ist jetzt auch die Frage ob jetzt wer reinkommt oder ob die draußen warten ja die warten bestimmt draußen wobei du meinst sie sind ja ganz schön aggressiv hm so nachgeladen haben wir ja ne ja alles nachgeladen ja ich bin der Mann nur dass ich rechts draußen irgendwas höre ich höre auch die Hunde hm warte mal ich stehe natürlich hier direkt am Eingang natürlich nicht so ein tolles Versteck schön ja jetzt kommt das Gewetter hm ja letztendlich muss man hier auch warten ne also ich meine ja ja ne bis der verdammt ist kann man ja nix machen wir hocken wir können höchstens weglaufen aber das stimmt's auch nicht was man machen kann vielleicht ist selber rausrennen und warten bis jemand anderes es aufnimmt hm genau den dann umbringt ich was geil kann man von einem äh eine aufgesammelten Trophäe dann selber auch nochmal aufsammeln also den das wieder wegnehmen ja genau wenn du den Jäger tot ist kannst du es nehmen oh das wär nett laufst du denn? ja das mach ich endlich mal kurz ein Stück gerade ausgeben so wir können die nehmen ich geh jetzt runter im Linden ok ah nein vor mir äh genau er ist gerade die Treppe hoch so ganz leise also ich wusste doch dass ich da was gehört hab so ein Lümmel ähm der ist unten die Treppe hochgegangen und zwar wenn du jetzt runter guckst da ist ne da genau Alter ich seh den überhaupt nicht er ist übel ne beils haben sich da gegenseitig abgefackelt da ist er wieder super geil weil ähm der Typ der konnte unheimlich gut schleichen also das hat er gut gemacht ist da ich weiss jetzt nicht ob da noch einer ist ich glaub den anderen hat er selber platt gemacht da müssen jetzt zwei Leichen liegen irgendwie ich nehm dich wohl an ja oh ich höre glaub ich doch Schritte so ja aber da hatte ich ja auch einen ganz schlechten Reflex aber ich muss sagen man sieht den aber auch gar nicht der ist so nebelig also wenn es hier so nebelig ist das ist echt schwierig oh oh der hat einer ein Trophäe aufgenommen oh unsere Trophäe ja der rennt auch weg der also alter was für ein Schweinehund ich will auch eine aufnehmen ja ne durch oh ist er oh oh Vorsicht der ist direkt vor der Tür Arschgesicht hey ja und jetzt baller ich hier nochmal rein genau kommt er wieder? ja läuft glaube ich jetzt rechts lang irgendwie na ah wieder hat mich erschossen aber ich glaube von hinten sogar ja hinten ist ganz schnell ja nur von da links irgendwie muss er ich glaube ich hab den ja gesehen da eben da war ich noch da war ich noch scheißen Dreck hm 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 ich zetter mit hier hm ich zetter mit hier Ja, ich hab das Gefühl, der war hinter dir oder so. Aber jetzt links. So, so mehr links jetzt. Noch links. Hier? So, die Richtung. Also, da kann keiner rein, ohne dass ich mich höre. Oh, jetzt aber. Alter, ist ja gut. Ja, sehr gut. Alter, geil, aber der Metz hält trotzdem noch einer rum, ne? Ja. Alter, Attila, bist ja King hier. Ich hoffe, die beleben sich nicht wieder gegenseitig, ne? Weil wir haben die da hinten einfach gelassen. Der ist direkt vorne. Oh, nee, warte mal. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Es könnte aber sein, dass der da immer noch in dem Bereich ist, wo ich war. Oh, der hat irgendwie... Das ist hinter mir, ne? Ah, okay, super. Wollen wir versuchen abzuholen? Ja. Ich hole jetzt hier mal ab. Ah, ich bin hier. Ich bin hier. Soll ich hier rechts von hier sein? Oh, der hat mir ja auch nicht geschossen. Das waren Zombies, glaube ich. Oh, scheiße. Du kommst manchmal nicht umherhunden, diesen Schatz. Überlebst du es? Ja, ich bin ihm noch nicht ganz sicher. Oh, ja, ich hab's... Stopp deine Blutung. Jo, ich hab's geschafft. Ich muss mal aus dem Wasser raus. Genau, weil hier ist scheiß Wasserteufel. Jetzt komm ich zu dir. Ey, ich hab den doch... Oh, warte mal. Das sind zwei. Ah, ich muss ja... Ich muss das mal nachmachen. So, dann wird's nicht. Ah, danke. Ich glaube, in diesem Fall macht's wirklich Sinn, weil ein bisschen was einsammeln und... und ein bisschen Punkte sammeln auch. Aber für dich ist das geil. Du kriegst mir schon richtig schöne Mäuse. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab ja keine Trophäe. Nee, aber das war... Oh, 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 oh. Aber das ist ja echt drei Niederhänge zu dir. Aber das stimmt schon. Nachladen. Ach, aber ich hab doch noch Heilungsball. Oh, ich hab das ganz vergessen. So, was hab ich hier? Ich hab nur ne Konditionsspritze. Achso, ich kann jetzt sogar noch dreimal gucken, wo die Gegner sind. Weil sind da echt im Schloss noch drin? Oder was das, äh, in dem Schuppen oder was das war? Das wird gut. Oh, Alter. Aber das ist auch, ähm, bei den Videos, wenn du die hochliedst, also wenn das so dunkel ist, das ist echt, ähm, manchmal auch schwer zu sehen. Also die auch... Das war bestimmt mein Vorteil. Ja. Weil ich hab einen dunklen Charakter. Ah, alles klar. Stimmt. Äh, von der Idee? Ja. Aber das ist nicht dramatisch, das diskutieren die auch im Forum. Ja, klar. Das ist ja... Ähm, können wir die Pferde eigentlich killen, oder? Ich... Weiß nicht. Ich wüsste nicht, warum. Ich weiß nicht. Ich würd... Trau mich aber auch nicht drauf zu schießen, sonst... Läuft die Kutsche weg, oder so? Alter, wir sind gleich raus. Zwei. Eins. Äh! Ja, das lief doch super. Ja, mal ne schöne Runde.